Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Schafkopf ein C zu bekommen? Schätze mal, ob es ca. 1 zu 100.000, 1 Million oder 10 Millionen sind oder Antwort D, ich kann keinen Schafkopf, keine Ahnung. Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht ein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Ein C bedeutet, man bekommt alle 4 Ober und 4 Unter von insgesamt 32 Karten, also diese 8 Karten hier. Für die erste Karte, die ich bekomme, gilt, es kann eine von 8 benötigten Karten von insgesamt 32 Karten sein. Für die zweite Karte gilt, es kann eine von 7 benötigten Karten nur noch von jetzt nur noch 31 möglichen Karten sein. Für die dritte Karte gilt, es kann eine von 6 benötigten Karten von insgesamt nur noch 30 Karten sein und so weiter, bis ich hier angekommen bin. Jetzt kann ich einen großen Buchstrich da draus machen und das schaut wie folgt aus. Jetzt könnte ich das hier in den Taschenrechner eingeben, es geht aber wesentlich schneller. Das hier 8 mal 7 mal 6 und so weiter kann ich auch schreiben als 8 Fakultät. Jetzt mache ich folgenden Trick. Ich erweitere Zähler und Nenner mit 24 mal 23 und so weiter. Jetzt 24 mal 23 bis zu 1 multipliziert ist 24 Fakultät und 32, 31 und so weiter bis zu 1 multipliziert ist 32 Fakultät. Jetzt muss ich also nur noch das in den Taschenrechner eingeben. Damit erhalte ich 1 zu 10.518.300. Daher richtige Antwort, Antwort 10, ca. 1 zu 10 Millionen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Scharfkopf könnt und was ihr herausbekommen habt. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.